was gab freude und willkommen zu einem neuen youtube video gleich herzlich auch zu einer neuen reaction heute reagieren wir auf das musikvideo von shirin david mit dem song dieser song sollte schon am 25.06 veröffentlicht werden aber das wurde leider verschoben geführt jedes zweite video auf meine folie page ist mit dem lied und deshalb werde ich jetzt auf das video reagieren wenn euch das video schon mal gefällt dann gib mir einen daumen hoch wir können mich doch kosten und abonnieren einfach mal sofort an wie handelt man ein schitz da die fragen mich schon wieder ob ich bin ich stehe für bambi bramfelds barbie bad bunny bambi kein self-made aber buddy so groß sagt jeder dachte dass ich das ist richtig krank gemacht alter also bis jetzt gefällt mir das ganz gut und die kulisse ist auch richtig krank sondern dieser stuhl hier das sieht irgendwie aus wie diese schnürbonbons und diese nägel sind auch schon richtig lang ich wieder nach space rave aber süßes für dein boy in eine space kate er ist ein playmate anna nico smith schreibe große zahlen wie auf meinem zeugnis ja boys gehen zum arzt wegen herrlein und brusthaare backt sie wegen bad buddy oder ihrer stubs nase eltern sind mad sis bin auf der blacklist deutsche bad bitch mit nem nummer 1 hat er ist auch richtig krank mit der treppe hier kein rücken trotz diverser erfolgen denn jede meiner freundin fickt jeden deiner freundin meine zehen sind weiß und der booty ist nice eine bitch so streit lieben wir treffe ihn um eins keine ahnung wie er heißt aber mhm er ist reich lieben wir sie ist immer noch mad ihre stories sind weg ich seh aus wie ein snack lieben wir also dieses lied ist schon hundertprozentig ein ohrwurm und dieser beat ist auch richtig geisteskrank also bis jetzt geht das richtig ab heute bin ich freig aber morgen kriegt der hat weil er trägt meine bag lieben wir vielleicht hab ich ein bräu vielleicht sind es auch zwei oder drei girls alles könnte sein nehmen zwei baddies mit heimspiele frauen tauscht blumiges parfum in der luft wie ein braut ich bin böse nicht böse was sind das für nägel alter was sind das für nägel erstmal ja der hat einfach eine gardine um sich alter boah was das für ein teddy alter tschüss alter jetzt bin ich beim zweiten tag vor meiner diät beauty aus litau boys tanzen nach meiner fight will be chris brown bitte kein extremsport doch mir kann man worte abnehmen wie je tot schon immer play girl vor der kamera und übrigens barbys echter name ist barbara mit zehn sind weiß und der booty ist nice eine bitch so streit lieben wir ohne sch*** das lied ist so ohrwurm jetzt ne also ich finde das video bis jetzt auch ganz in ordnung also ich finde das jetzt nicht so langweilig treffe ihn um eins keine ahnung wie er heißt aber mhm er ist reich lieben wir sie ist immer noch mad ihre stories sind back ich sie aus wie ein snack lieben wir heute bin ich frech aber morgen kriegt er hat weil er trägt meine bag lieben wir fuck you also ich glaube das wird noch auf tik tok zwei bis drei wochen lang im trend sein also meiner Meinung nach kann man nichts negatives sagen und sie hat sich auch richtig gut entwickelt ich finde diese musik videos sind auch schon professionell von ihr und ich habe auch gehört dass sie im lied fushido gedisst hat bei der die auch mal in einem song gedisst hat die meinte auch dass sie jeden rapper zurück dissen wird für das musikvideo gebe ich so eine 7 von 10 und für das lied gebe ich so eine 9 von 10 dann würde ich sagen das war's für mein video wenn euch das video gefallen dann gib mir einen daumen hoch ihr könnt mich auch kostenlos abonnieren dann bis zum nächsten mal ciao bis zum nächsten mal